So die Anmutung, eine alte Anmutung haben will. Früher haben sie es gerne so gemacht, dass sie nicht so, so habe ich es praktisch, man kann jetzt hier den, ich weiß nicht wo es jetzt ist, aber das habe ich hier wie gesagt auch. Das ist jetzt die N-O-I-N-G, ne? Genau. Dem Ingenieur. Das sieht ja noch ganz anders aus. Genau, man kann das gehen natürlich noch ein bisschen, hier seht ihr, da hat er das jetzt nicht. Aber den Strich oben drüber hat er gemacht. Genau, so hat er dann, und dann kann man dieses hier so reinziehen, dass diese Ecke, die jetzt hier bei mir an beiden Seiten ist, die gibt es auch. So, das ist nur einmal so rüber, ne? Also da gibt es, gibt es jede Menge Variationen. Ihr seht hier zum Beispiel das bei dem A hier. Da seht ihr die...